Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Friendship is Magic, heute mit der magischen Satz 42, was die Antwort auf alles ist und auch auf die Lösung in dieser Kammer, zusammen mit Spielsatz Fail. Servus. Joa, dem ist nichts hinzuzufügen, wir haben ja schon die Antwort. Kann ja nicht mehr so schwer sein jetzt. Müssen wir da gleichzeitig drauf? Es wird ja eine Hausform. Geh du erstmal vor, bevor ich wieder irgendwas kaputt mache. Oh, das kleine Bild hat geleckt. Ich komme aber auch gerne nach. Darfst du. Darfst du, darfst du. Okay, Schwung holen, katapultieren, ist alles dabei. Quadrat, um jemanden nachzuholen. Und was machen wir hier? Wo geht der hin? Das heißt, wir müssen einen rüber katapultieren und der holt dann hier oben einen nach. Das ist aber nicht diese Linie hier, oder? Doch, tatsächlich. Okay. Achso, da muss nur jemand hin. Okay. Genau. Möchtest du rüber? Me go first. Woppa. Okay. Ich bin bereit, ich bin bereit. Ist ja interessant, da ist es das Gitter, weil du da oben gegenknallst, wahrscheinlich, aber er hätte auch einfach den Würfel da oben wegnehmen können. Das Gitter, auf dem ich stehe? Ha? Ja, also er hätte auch einfach den Panel hier noch reindrücken können, dann wärst du da auch drüben gelandet. Ja, ich denke, das ist nur eine Spielerei, dass man hier auf so einen kleinen Steg geht, um sich an der Seite zu platzieren. Irgendwie so, um den Würfel zu fangen. Gut, dann mach ich dir jetzt den anderen Steg. Wow. Hoppala. Kann ich hier schon hoch? Ne, hier fährst du mich wahrscheinlich hoch. Also hier will ich noch nicht drauf. Da flieg ich in den Tod. Kommst du da? Ich kann hier tatsächlich kaum noch was machen. Achso, da muss ein Würfel rein, damit ich hochfahren kann. Ne, da. Warte mal, wo bist du da gerade vorbeigelaufen? Der eine Würfel macht den Grill weg und der andere fährt mich hoch. Okay. Ja, weißt du, wie gesagt, ich will jetzt hier noch nicht rauftreten. Kannst du den roten wegmachen? Ja, ich verstehe. Du hast da auch noch zwei. Oh, da fällt wieder was. Okay. Oder ich komme, hast du irgendeine Zielscheibe bei dir, dass ich schräg zu dir hoch springe? Wahrscheinlich nicht. Nope. Geh schwer davon aus, dass ich in diese weiße Fläche reinkomme und da wieder rauskomme. Okay. Hmm. Und du läufst über Glas. Das heißt, ich muss da und ist da irgendeine Kennzeichnung an dem roten Grill? Also von meiner Seite aus nicht. Achso, oder der Würfel muss rein. Natürlich. Und dann machst du da irgendwie. Mist, den Grill kriegst du auch noch mit dem Würfel weg. Sehe ich gerade. Könntest. Ah. Warte. 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 Was soll ich? Was? Ich hatte gerade die Lösung im Kopf. Warte. Jetzt ist sie wieder weg. Jetzt ist sie wieder weg. Ähm. Sie fing damit an, dass du da ein Portal schießt und den Würfel da reinschießt. Aber mir ist da aus dem Kopf rausgeflogen, wo es rauskommt. Na, da ist schlecht, ja. Könntest du da hin? Könntest du mich rauslassen, dann komme ich ran. Ne, ja doch. Ähm. Hier bist du nicht durch den Grill irgendwo gelaufen. Ne, hier ist überall kein Grill. Ne, okay. Ja, stimmt. Dann könnte man erst mal da... Dann kriegst du ihn von der Seite... Ne, ne, mach ich nicht. Ähm. Du gehst jetzt da rüber und... Dann kriegst du ihn hier eben erdig, ne? Genau. Denk ich mal, das wäre dir ganz lieb. Okay, dann kommt er jetzt. So, musst du dich da draufstellen? Ähm. Achso. Ja. Auf den roten Zinn aufzuholen. Du musst ja zurück. Und dann hätte ich hier auf jeden Fall schon mal einen Würfel. So, was? Jetzt kannst du eigentlich... Also das führt dich hier hoch? Also ich glaube, ich soll da nie durch. Genau, warte. Ich geh mal hier rauf. Kannst du mich schon mal hochfahren, wenn du magst? Dann wäre ich jetzt bei dir. Wir müssen nur noch gucken, wie wir an den zweiten Würfel rankommen. Ah, dann kriegst du wahrscheinlich... Wenn du damit... Ja. Ah, ich kann dich hier per Schwung katapultieren lassen, dass du den Würfel holst. Also hier können wir ihn auf jeden Fall rüberfeuern. Ich würde ja... Ja, wo ist... Wo nehme ich den Schwung her? Eigentlich da drüben, aber wie kommst du... Achso, klar. Über das da kommst du wieder zurück. Wo haben wir denn hier weiß? Hier um die Ecke. So. Okay, ich geh zurück, hab Schwung, komm dann aus dem raus und fang den anderen Würfel, ne? Genau. Ja. Och, das ist doch ganz nett. Deswegen ist die Ecke hier nämlich auch vergittert, damit ich ja durchschießen kann. Achso. Weil ich ja beide Knöpfe hier an der Ecke habe. Wobei, das würdest du ja jetzt von hinten auch schaffen. Der Grill ist ja gerade weg, ne? Der große... Ja, aber ich habe hier die Knöpfe. Einmal so schräg anzuwenden. Ja, ja, aber du könntest dir ein Portal schon vorbereitet haben. Nee, weil wenn ich das anwinkele, das Portal verkleinert ist. Das ändert sich ja noch. Okay. Kannst du dein oberes noch gerade hinkriegen? Falls das jetzt ein bisschen... Ist ein bisschen schief. Warte. Ja, okay. Hat er extra den Weg für mich gemacht. Das ist aber nett. Ein wahrer Freund. Ja, ja, passt schon. Es war nur vorher so... Noch nicht durch, noch nicht durch, noch nicht durch. Die muss noch zurück. So, jetzt. Stimmt. Okay, so, dann rase ich da jetzt... Ah, du bist ja... Muss ja noch hinlaufen. Ähm, rase ich da jetzt durch. Du machst... Ich gucke nochmal. Ich mache den. Ich mache das Portal. Und dann... Muss wieder das Timing stimmen. Gar nicht so leicht. Naja. Zum Glück muss ich da nichts machen. Und dann setzt du mir dein Dunkles neu, ja? Okay, kannst du ja noch ein paar Mal testen. Du dürftest hinhauen. Ich mache schon mal ein bisschen Achterbahn hier und du testest noch so. Okay. Greifen muss ich ja auch noch. Oder der greift automatisch. Ich hoffe, er greift automatisch. Ah, ja, wunderbar. Muss gar nicht so gut nachdenken. Okay, einen haben wir. Den willst du auch gar nicht. So. Gut, gut. Du fängst an. Die Kammer hat sich irgendwie gut gespielt. Also es waren zwar nur zwei Sprünge. Aber die zwei Sprünge fand ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Weiß nicht. Hat einen Daumen von mir hochgekriegt. Von mir auch. Ich fand, es hat auf angenehme Weise alles zusammengegriffen. Ja. War eine gute 42. Ja. Wäre gut, wenn wir jetzt 4 Minuten 20 oder so gehabt hätten. Aber nee. Dann haben wir sieben Minuten. Oder 42 Minuten. Aber dafür müssen wir andere Kammern spielen. Okay. Hast du noch was hinzuzufügen? Nein. Für mich war es das. Okay. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.